servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einer wie ich finde eher traurigen geschichte denn ein reddit user namens xiantivia hat sich die mühe gemacht die verschiedensten addons miteinander zu vergleichen dabei geht es hauptsächlich um das thema raids also wie viele raids gab es in einer erweiterung wie viele bosse standen zur verfügung wie viele bosse pro raid und wie lange wurde im durchschnitt gebraucht um einen encounter zu besiegen daraus hin hat er ein score erstellt um die raids ein bisschen miteinander vergleichen zu können in sachen ja wie viel beschäftigung haben die den spielern geboten allerdings möchte ich mich darauf nicht zu sehr versteifen sondern eher auf die tatsache dass ich es sehr sehr schade finde wie im laufe der zeit die raids immer immer weniger wurden und vor allem die raid bosse immer immer weniger wurden wir fangen an um das ganze mal zu erklären wir haben immer die erweiterung das ist chronologisch geordnet wann sie erschienen ist wie viele tage die erweiterung lief dann wie viele raids eine erweiterung hatte da wurden dann so sachen wie zb die baradin festung als ein boss gezählt oder und nix ja dann ist halt ein boss wie viele encounter gab es insgesamt dann encounter pro raid also in dem fall dann 65 durch 9 dann kommst du auf diese 7,2 days pro encounter da erhältst du dann den wert den du rausbekommst wenn du diese 784 tage durch die anzahl der encounter teilst sprich weiß ich nicht ich will nicht sagen alle x tage neue encounter weil das stimmt ja auch nicht sondern ja in welche richtung geht denn das wie viele tage hatte ich ein encounter beschäftigen können oder wie viele tage hättest du im schnitt für einen encounter zeit gehabt in einer erweiterung ich denke das kann man so nennen und daraufhin berechnet er dann letzten endes einen score wo alle diese items mit einfließen je höher der score desto besser in anführungszeichen die rating experience in diesem addon also vanilla hat er ziemlich hoch reingekracht mit 60 prozent dann ging es ein bisschen runter 45 30 cataclysm hatte da das schwächste bild 6 rates 30 encounter also nur 5,0 encounter pro raid und dadurch dass es so wenige encounter waren das addon aber ziemlich lang lief ist dieser score hier auch relativ hoch was dann am ende die gesamtsumme trübt miss of pandaria hat ganz gut abgeschnitten wod auch legion auch bfa war nicht so shadowlands okay und dragonflight wurde dann wieder ein stückchen schlechter allerdings dieser score ist halt ja sehr darauf bezogen auch wie man den lesen möchte was der verfasser davon meinte interessanter finde ich aber ehrlich gesagt eher und das finde ich eher sogar traurig wie sich die geschichte entwickelt hat hat a mit raids wie viele zur verfügung stehen wir sehen 9 9 7 6 5 3 5 5 3 3 also 3 ist die neue maximalzahl an raids und ich erwarte gar nicht dass es wie in vanilla ist dass wir da auf einmal wieder neuen raids bekommen aber weiß ich nicht dragonflight lief dann 637 tage nur 40 tage kürzer als the burning crusade hatte aber 6 raids weniger und ich weiß da sind dann auch so kleinere raids dabei wie die kammer von makteridon beispielsweise oder gruel wo du keine 37.000 bosse drin hattest aber du hattest wenigstens abwechslung blizzard hat es hier und da noch gemacht und hat kleinere raids reingepackt die zur story passen und das geht mir tierisch auf den sack dass es das nicht mehr gibt auch in wrath of the lich king fand ich sehr cool und nixia wurde wieder reingeholt dann diese festungen unter dem drachentempel mit verschiedenen drachenbossen drin dann gab es halt mal so mittendrin die prüfung des kreuzfahrers als kleinen raid also es war gar nicht oder maligos auch man musste nicht immer andauernd richtig fette raids haben aber ich fand es auch diese ein boss raids wenn sie denn zur story gepasst hatten sehr sehr cool und das ist was was mir absolut total abgeht und auch mit dragonflight hat man ja die anzahl der encounter ziemlich in grund und boden genervt oder was heißt genervt aber maximal acht bis neun bosse pro raid wo man früher raids hatte mit 13 bossen wenn die schwierig waren ja war das vielleicht ein bisschen zu viel aber weiß ich teilweise nur acht bosse sind mir manchmal etwas wenig man ist sehr schnell mit einem raid durch vor allem wo mir das aufgefallen ist ist in amir drasil wo die ersten vier fünf mythic bosse wirklich sehr schnell fertig waren und wir selbst für eine casual gilde relativ zügig irgendwie fünf mythisch bosse down hatten oder oder sogar sechs keine ahnung und dann die restlichen drei du verbringst gefühlt zwei wochen an den ersten bossen und dann spielst du vier monate lang nur noch den rest also da fällt das balancing dann schon auf wenn nicht so viele bosse in den raids sind und ihr seht es ja auch fast mit jedem addon werden es weniger bosse wenn man jetzt wod mal rausnimmt 42 dann 30 40 39 31 26 raid bosse das finde ich persönlich schon sehr wenig ich finde es ebenfalls sehr sehr schade dass es keine punkt drei patches mehr gibt also wie in wutlk wo ein 3.3.3 kam wo dann die oder ein patch 3.3 kam wo dann die eisgrund zitadelle mit reinkam ich hätte mir auch für dragonflight noch einen 10.3 gewünscht mit einem neuen raid das werden wir in zukunft alles leider nicht mehr bekommen die entwicklung finde ich sehr sehr schade und geht halt leider zu lasten nicht nur von raids weil wenn man guckt hat blizzard mit diesem punkt drei patches beispielsweise auch in wrath of the lich king einfach mal drei neue instanzen rausgehauen also ich glaube dadurch dass es diese patches so nicht mehr gibt schadet das nicht nur den raidern sondern eigentlich allen spielern weil viel viel weniger content in umlauf gebracht wird ob dann am ende die addons schneller kommen ist mir relativ wurscht aber auch dragonflight finde ich hätte man die story noch gut weiter erzählen können und ein dritter patch oder ein punkt drei patch wäre ziemlich geil gewesen schade dass es das nicht mehr geben wird ich hoffe die raids schrinken nicht noch weiter nicht dass wir dann am ende drei raids mit je sechs bossen bekommen dann sind es 18 weiß ich nicht fühlt sich alles so ein bisschen an kostet alles immer mehr aber wir selbst bekommen halt immer weniger dafür we'll see schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen wir hauen